Über drei Jahre ist es her, als sich der tragische Skiunfall von Michael Schumacher ereignet hat. Seitdem hüllt sich die Familie in Schweigen und niemand kennt den genauen Gesundheitszustand des ehemaligen Formel-1-Fahrers. Immer wieder äußern sich Freunde und Bekannte über Schumachers Leben. So auch jetzt sein damaliger Nachfolger Philippe Massa. Als Massa 2006 als Newcomer für Ferrari angetreten ist, stand ihm Michael Schumacher als Mentor zur Seite. Mittlerweile betreut der 36-Jährige selbst seinen neuen Teamkollegen Lance Stroll. Doch eines unterscheidet ihn als Mentor. Ich glaube, Lance bekommt die Informationen ein wenig einfacher von mir, als ich damals von Michael. Scheint so, als hätte der Rekordweltmeister nicht immer mit der Sprache rausgerückt, doch seinen Schützling hat das nie gestört. Aber ich habe so viel gefragt, weil ich Michael als eine Art Lehrer, eine Art Meister angesehen habe. Ich hatte keine Angst davor, ihn zu fragen. Was machst du hier, was machst du dort anders? Ich habe ihn alles gefragt, was ich nur konnte. Trotz alledem hatten die beiden ein gutes Verhältnis. Nur eine Sache konnte Michael gar nicht leiden. Natürlich, wenn ich dann vor ihm lag, war er nicht zu 100% glücklich damit. Verständlich, schließlich waren die zwei auf der Rennstrecke doch Konkurrenten.